Guten Morgen! Wir haben heute den letzten Urlaubstag, zumindest den letzten ganzen, und sind heute auf dem Parcours Kummersklinge, Nähe Geroldshahn, Waldürn. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen den Einschießplatz. Der ist, um es milde auszudrücken, ein wenig spartanisch, aber reicht locker aus. Wir haben ein paar Scheiben, verschiedene Distanzen, die stehen sogar noch dran. Und ich glaube, zum Einschießen reicht das locker aus. Leider keine Tiere hier, aber man kann halt nicht alles haben. Ja, hier sind wir jetzt bei der Anmeldung. Sehr vorbildlich, gleich die Fundpfeile mit dabei. Wir waren natürlich noch nicht hier, also nix für uns. Hier an diesem Pult kann man aufmachen, kriegt man alles, was man braucht. Ein Schießbuch, Anmeldezettel, Schreibutensilien und da geht dann das Ganze mit dem Geld rein. Ja, dann würde ich sagen, wir sind bereit. Die Hunde, naja, auch. Okay, dann sehen wir uns gleich beim ersten Ziel wieder. Musik 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 Also halten wir fest, Minuspunkt, definitiv, dass wir erstmal am Ziel 28 vorbei laufen müssen, um zum Ziel 1 zu kommen. Pluspunkt, dass die ganzen Ziele eine schöne Info haben, Musik Ja, die Schichte der Landschild. Musik 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 Ich glaube, das ist gut. Musik 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 Das Hermelin. Süßes Tierchen. Ja, das sieht aus wie viel. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Achtung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.